Musik Ich glaube, der Kongress ist einzigartig in der Zusammenstellung der Menschen. Selten trifft man so viele Vertriebler unterschiedlicher Branchen auf einem Haufen und es gibt tatsächlich dann mehr Gemeinsamkeiten, als man gedacht hat. Musik Hier ist es so, ich habe jedes Mal vier Vorträge zur Auswahl. Ich suche mir genau das raus, was zu meinem Job und zu meinem täglichen Leben, Berufsleben passt. Und das ist das, was es für mich hier so spannend macht, weshalb ich seit dem ersten Mal jedes Jahr schon da bin. Einerseits ist es natürlich klassische Networking-Gelegenheiten zu haben. Auf der anderen Seite sind diese fantastischen Vorträge eine klasse Inspiration und auch eine tolle Gelegenheit, einfach ein Neues zu lernen. Musik Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist es das Unerreichbare, für die Furchtsamen, das Unbekannte und für die Mutigen die Chance. Das heißt, wir brauchen neues Denken, das uns ermöglicht, diese Zukunft gemeinsam zu erfinden. Musik Wenn Sie Ihr Selbstvertrauen in Ihre eigene Kreativität nutzen, dann garantiere ich Ihnen, dass die Technologie uns in die Zukunft bringt, aber Sie alle mitentscheiden, wie diese Zukunft aussieht. Wir sehen uns in der Zukunft. Musik 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 Vielen Dank.